guten morgen es ist wieder rohkost potluck zeit und diesmal wird eine richtige herausforderung ich freue mich total weil es regnet und strömen er soll den ganzen tag in ström regnet das haben wir noch gar nicht es ist schweinekalt 5 bis 8 grad und wir sind draußen rohkost potluck machen einige haben schon gesagt dass er abgesagt haben gesagt sie kommen nicht mehr heute andere haben gesagt dass sie nicht so lange bleiben werden wird wahrscheinlich auch wegen ihrem sohn nicht so lange bleiben können und ja und ich bin meine stimme ist ich bin total erkältet ich bin ob schnupfen das ist draußen nass kaltes wetter ist es kalt und ich mache trotzdem rohkost potluck ich finde es einfach geil gesagt es muss eigentlich noch schnee sein und erst dann wird es richtig geil ich freue mich total ich bin total gespannt wie das heute wird es wird heute wahrscheinlich das interessantes rohkost potluck video aber wir wissen sie mal wo wir das essen ausbreiten wo was überhaupt das abgeht bekommen einfach alle an und schauen wir die yvonne trägt eine feuerschale mit und ich habe hier abgelagertes buchenholz und ich hoffe jemand hat noch ein feuerzeug mit und dann ja dann werden wir jeden fall sie vorher schon machen und ich habe mir dann noch videos bei youtube angeschaut wo man trockenes feuerholz im im wald findet sozusagen muss dann bäume die schon abgestorben sind aber noch nicht umgefallen sind die muss man dann einfach fällen und dann das machen und ja vielleicht gibt es ein baumfeil action allerdings habe ich jetzt keine achse mit ich bin im garten ich könnte eigentlich noch eine achse mitnehmen aber ich habe ein großes messer mit da wird halt ein bisschen geschnitzt dann müssen die zeit irgendwie sowieso irgendwie rumkriegen von daher nehme ich ein messer mit und dann schnitzen wir uns also schnitzen nicht sondern wir schnitzen den baum ab wir fällen dann nicht wir schnitzen den ab und natürlich nur wenn er tot ist und wenn er noch trockenes holz in hat und dann feuer und ja weil die waldbrandgefahr hat dürfte sehr gering sein seit drei vier tagen hat sie durchschick geregnet ich freue mich total auf potluck und ich nehme euch mit und wir werden sehen was kommt und ob ihr habt jemand ja ob ich überhaupt nicht kommt also ich freue mich wir sehen uns gleich so wir sind ja angekommen und normalerweise ist es ja immer recht und dann begrüßen sich die leute und so aber jetzt ist hier noch nicht allzu viel los also was ich bin sehr gespannt also 20 30 leute denke ich maximum heute aber nur die hatten da hatten das war sozusagen dann die option für die kleine also wenn jetzt nicht so viele kommen ja doch ich filme ja also jetzt höre ich also also die kleine hier sind 20 bis 30 leute passen ja maximal rein also wenn überhaupt und die große wäre unter der bundesstraße das wäre dann halt für die hat und jetzt sind wir angekommen und keine sau da ist schon 11 uhr als skandal die ganze rohköstler das sind alles solche flachen lappen die hier nur bei sonnenschein kommen also wir laufen jetzt hier alle zu der brücke zu der sogenannten penner brücke wird hier in leipzig genannt weil da ganz viele penner sind und heute sind es gleich noch mehr penner und und holz und dann wird halt gemacht also ein paar sind es dann doch geworden 56 7 8 9 10 26 bis ja silke und kind kommt wahrscheinlich noch wenn sie nicht dann wieder auf einer fadenscheinigen ausrede nicht kommt ja ansonsten und sarah kommt noch also sind 30 leute heute denke ich ungefähr und das genau das was ich auch so ein bisschen gedacht habe und ja jetzt schauen wir wo die brücke ist wir waren noch nie an der brücke wie so eine expedition wo ist die brücke ich freue mich und das ist jetzt unser plätzchen wir haben jetzt das buffet aufgebaut und wir gehen nach dem ziel kommt noch da haben alle ein bisschen essen und ja und wenn ich so rum guckt über uns ist halt die brücke wo die autos fahren aber die abgase ziehen nach oben aber hier schön alles mit grün alles cool graffitis hat alles schon irgendwie so ein bisschen ich würde sagen urbanisch flair ich bin zwar halt kommt für mich aber echt hier total gut also ich ist einfach drüber bisher ist der beste einstieg in rohkost potluck ist aber das ist schon ziemlich geil das ist schon ziemlich geil dass alles so geklappt hat und dass wir alles hier sind dass wir alle trocken sind die leute unterhalten es wieder eigentlich wie jedes rohkost potluck das einzige was ich vergessen habe ist die kokosnuss weil ich wollte rohkost wach viel machen aber ich habe leider die kokosnuss verdient egal der einzige noch fehlt wenn alle hunger ist die sicher die kommt irgendwann dann in zwei stunden oder sowas keine ahnung aber genau das ist wieder selbst erklärend zuchini gurke möhre äpfel tomaten und birnen das ist pastinaken couscous mit pastinake mit pastinake paprika rosinen mandeln erbsen olivenöl hast du denn gemacht das ist hier nirn salat mit apfel mit apfel und rosinen und granatapfel und leidenöl das ist ein schikore salat mit äpfeln und sonnenblumenkernen und dem dressing aus essig öl salz pfeffer frühenkohl gurke feldsalat sojasprossen mungbohen sojasprossen oder? ja mungbohen sojasprossen das sind karabschurten aus sardinien oh interessant kann man die so essen oder wie ist das? ja da sind kleine kanne drin da muss man ein bisschen aufpassen aber die kann man so essen die kerne die sind halt hart die werden normalerweise auch entfernt für das karapulver das ist sozusagen eine art grillgemüse heißt es einfach in sojasauce eingelegt und eine zwölf monate sanft gefermentierte sojasauce sehr lecker das ist einfach nur rote beete karotte ananas und ein bisschen leinöl das ist glumkohl mit rapskernöl hier sind auch gewürze dran muskat und ein bisschen was anderes dazu sind noch ein paar andere sachen mit petersilie ist an der seite die gesprosten linsen sind da und ja noch ein bisschen schwarzwurz schwarzwurzel schwarzwurzel diese scheiben und obendrauf ist kohlrabi hier sind noch sprossen box und alfalfa alfalfa chamignons, tomaten, feldsalat, oliven so siehts aus das sind irgendwie bratlinge das sind aus kürbis und leinsamen und sonnenblumenkernen und gewürze und gurke dazu gurke und salat ok warte schon granatapfelkerne ne aber da ist noch was drunter Christian die ist was drunter? also das ist quasi ein auflauf aus granatapfelkernen, bananen und die schoko creme die ist aus datteln, avocado also was hieß es? süßes genau und äh und carob ok genau das ist Joachim Stich Christian Salat das ist Joachim Stich Christian Salat also Weißkraut, Zwiebel, Apfel, Sonnenblumenkerne, Salz und gewürzes Kreuzkümmel, Essig, Öl ich glaub das war's du Christian du hast was vergessen, das hab ich nämlich mitgekackt das sind halbgetrocknete Feigen und dann so ein knapper, so ein knapper Sonnenblumenkernsprossen mit Sojasauce und Hefefach hast du die selber knapperfähig gemacht? ja die hab ich angekeimt und selber getrocknet und ist das in meinem E-Book enthalten? ja ist enthalten ok das E-Book verlinke ich euch unten nochmal, das ist ziemlich geil Datteln Kokos, Mangomus also süß und nicht so süß mit Datteln gesucht naja das ist wahrscheinlich dann einfach nur fertig Tomaten, Äpfel, Birnen ja oh Entschuldigung Honigmelone und hier wem gehört das? die Pasta hier Etienne meine Pasta da ist Curry drin Apfel und Sonnenblumenkerne und ein bisschen Wasser ist man einfach so oder ist als Dipp gedacht? ja als Dipp als Dipp aber viel zum Dipp haben wir heute nicht da die Zucchini Tomaten ah doch ein Gemüse ja klar logisch und das? eine Zucchini Suppe mit Frühlingszwiebeln, Sesamöl, Tamari, Knoblauch, Mandeln, Hamster cool und nochmal Sprossen das sind Chiasprossen 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 Chiasprossen, die kann man sich irgendwo drüber steuern die wollte ich mal testen da hab ich doch schon Patrick hier ja ja genau das ist schon ein informatives Video dazu schmecken glaube ich trotzdem gut ok das hier das Möhre rote Rübe Süßkartoffeln Rote Rübe rote Beete oder was? rote Beete genau und dann ist da noch ein bisschen Hanfsamen geschältet dran und ein paar Gewürze ein bisschen Misopaste Rohkostmisopaste dann sind dann gemahlene Schwarzkümmel das klingt aber mega interessant Leinendorteöl ein bisschen Zitronensaft Apfel auch noch das weiß ich alles aber naja das war ein saustes Problem das war jetzt grad nicht ganz komplett naja jetzt haben wir nichts auf die Kacke da ist noch ein bisschen Zimt dran oder so ich merk's das ist einfach nur Obst äh und Avocado das ist eigentlich mein Frühstück aber das ist äh Himbeere ähm gefrorene Bananeapfel äh Gerstengraspulver also Smoothie ja es ist einfach ein Smoothie gut das ist mein Obstsalat Obstsalat da hab ich alles rein geschnitten was ich verzütter das ist dein Frühstück wahrscheinlich Apfel ja auch Papaya Mango äh das sind äh weihnachtliche Energiebällchen aber das ist sehr sehr viel Gewürz also wer gegen irgendwas allergisch ist dann darf die nicht essen generell würde ich für den Konsum dieser Bällchen abraten nehmt lieber die anderen Sachen so ja was ist das Schokopudding Schokopudding das ist nicht meiner achso also ich habe doch gesessen gemacht Schiapudding Gewürz mit Zimt und als Topping äh Buchweizen ähm gekeimte Buchweizen gut jetzt sind wir durch und auf geht's zum Essen ja wir sind jetzt hier wieder beim Potluck äh jetzt hab ich die Idee getroffen den Kanal kennt ihr natürlich auch Hiking Jets äh ja einfach ein Kanal über sich selbst über Selbstverfahrung vor allem ne ja und eine große Selbstverfahrung macht sie heute ist das erste Mal beim Rohkost Potluck hier bei uns dabei ja endlich mal warst du schon mal bei einem anderen Potluck oder sowas nein noch nie auch nicht bei einem normalen Potluck also ah ok als erstes Mal ich wollte schon immer mal gehen und hab's nie geschafft und ja cool jetzt erstes Mal hier und äh du hast ja mit Jets vor kurzem übertrieben oder zwei drei mal ein Interview gemacht und äh ja der war ja auch schon hier und der trifft sich quasi jetzt mittlerweile kann man schon sagen so äh die YouTube Szene auf jeden Fall auf jeden Fall zumindest sag ich mal außerhalb von Bibi Blocksberg oder wie sie heißt ähm also sagen wir mal im Bereich Ernährung, Selbstfindung und so weiter ja gibt's wenige die ich jetzt hier noch vermisse Marlon von Ruff Future also Marlon wenn du das siehst du müsstest eigentlich auch immer hinbrechern ja das ist mir auch Marlon von Ruff Future also Marlon wenn du das siehst du müsstest eigentlich auch immer hinbrechern ja das ist mir auch schön ja ja und dann sind wir fast komplett also naja Marlon machte Zeit mit Patrick hast du das gesehen genau hab ich gesehen schöne Videos die beiden passen auch irgendwie mega gut zusammen ja perfekt ja also du bist erst einmal hier und ja sag mal deine ersten Eindrücke für die Leute die jetzt noch nie hier gewesen sind vielleicht mit dem Gedanken spielen was ist es scheiße ist es gut ist es nett nein es ist toll also wer die Gemeinschaft mag wer es mag ja sich mit Leuten auszutauschen die auf einer ähnlichen Welllänge sind das ist perfekt also und es ist auch also ich kenne eigentlich keinen ich kenne natürlich viele vom Sehen her von YouTube aber ansonsten man kommt da so schnell rein in die weil man wird einfach aufgenommen und das ist auch so dass die Leute sich ja einander auch meistens nicht kennen also ich bin ja nun wirklich in jedes Potlack dabei gewesen und es ist wirklich so du kannst sagen die Hälfte der Menschen ist immer neu also die kennen sich nicht also das heißt es sind immer so wahnsinnig viele neue dabei dass es halt automatisch ja überhaupt kein Problem gibt mit dem Austausch und sowas und das ist ja auch das als wenn du in so eine gefestigte Sache irgendwie reinkommst und ich habe auch im Zug schon jemanden getroffen der hier auch hier ist und dann sind wir zusammen hingegangen ich habe leider ihren Namen vergessen nur hier unten jetzt hat sie es war total witzig wir haben uns im Zug Janine hieß er glaube ich kann sein wir haben uns im Zug schon so angeguckt und haben so überlegt so geht die auch dann haben wir beide da ausgestiegen und haben gleich gesagt du gehst auf geil ja richtig cool cool und du hast ja nun den Potlack erwischt was eigentlich ein Fun-up von dem ist was wir bisher gemacht haben wir hatten immer Sonnenschein wir hatten hier nackte Körper die sich in der Sonne geahlt haben und heute ist ja nun wirklich machen wir kurz einen Schwenk hier heute ist ja nun wirklich ja quasi Penner-Feeling quasi da also unter der Straßenbrücke ist Feuerchen und ja kalt nasskalt und ja hast du ja so erwartet ich bin begeistert wie viele da sind ich hätte ehrlich gesagt dass weniger kommen und es ist trotzdem toll also irgendwie wir machen das Beste draus und das ist wundervoll und trotzdem stelle ich es mir unglaublich schön vor wenn es richtig Sonne ist und alle ja also deswegen ich freue mich auf den Sommer und ich werde definitiv jetzt fast immer kommen ja vielleicht hast du mit Magdeburg jetzt nochmal überschaubareit ne und das Sachsen-Anhalt-Ticket für die Leute die vielleicht auch aus Magdeburg oder aus Sachsen-Anhalt kommt genau das Sachsen-Anhalt-Ticket gilt bis Leipzig das ist echt gut und wo ist die Argumentation oder warum immer eine Station nach der Grenze ah ok Halle Leipzig genau dann ist ja ja also wie gesagt wenn das Sachsen-Anhalt kommt auch relativ preiswert ja dann einfach hier vorbeikommen wie geht es eigentlich mit deinem Kanal weiter du fängst jetzt an zu studieren und ja ist gerade so ich habe gerade viel anderes im Kopf aber es wird auf jeden Fall weiter gehen ja also ich schau jetzt mal und Wanderungstechnisch oder sowas kommt da nochmal sowas auf jeden Fall also jetzt im Winter ich bin nicht ganz so hart mein Hund ist auch nicht so hart dass er das jetzt schaffen würde aber sobald der Sommer da ist Semesterferien jetzt weiter perfekt ja klar der Osten wird erkundet aber als YouTuber eigentlich hättest du die Kamera mit dabei haben müssen Rohkost-Potlack-Event und so weiter habe ich auch überlegt aber ich glaube ich wollte jetzt erstmal den Fokus darauf legen die Leute kennenzulernen und vielleicht mache ich nochmal ein schönes Video über den Potlack würde ich gerne machen aber ist bei mir auch immer so dass ich manchmal so das YouTuber-Dasein doch vergesse dann also zum Beispiel bei diesem Festival hier das hier war es Ancient Jam das war so nach einigen Szenen da habe ich einfach hätte ich nur die Kamera im Nachhinein aber in dem Moment war das so krass da ist man so drinnen das war so im Klo da war so ein Klovorraum und da ging es dann zu Frauen und Männern und da hat dann einer so einen Eimer umgedreht und dann hat dann angefangen so einen Rhythmus zu spielen dann kam der Nächste und dann hat dann so ein Abflussrohr was da an der Ecke stand so vor dem Bearbeiten hat da reingepustet und immer den selben Ton gemacht und dann haben die Asten angefangen in Resonanz mit diesem Ton zu singen so und alle und dann kamen die Asten die den Overtone dazu gesungen haben und dann standen immer 20, 30 Leute in diesem Toiletten-Vorraum und ich also ich krete von der Gänsehaut wenn ich das ja und alle in diesem Ton und ich dann auch in einem Ton und das war so ein wahnsinnig geiles Erlebnis und ich sage oh Mensch das hetzt würde der Nachwalt festhalten dann von daher ist es manchmal gar nicht so schlecht und Silke macht das ja auch immer dass man häufig dann einfach sagt lass erstmal so genießen weil man nimmt sich ja dann auch das aber zu dem Ancient Trends würde mich auch interessieren wenn es für mich es gibt die Early Bird Phase die beginnt im November oder Dezember schon mit Verkauf und da kostet keiner glaube ich nur lass mich liegen 9,30 Euro für vier Tage von früh bis abends Musik auf vier Bühnen und Übernachtung alles dabei und das ist ein Witz also das ist alles ehrenamtlich von dem E.V. ausgehen der Dings das kostendecklos gemacht richtig geiles Ding Ja Ja da wollte ich Ihnen nicht weiter vom Feiern hier abhalten wir werden uns wieder ins Getümmel schützen es wird jetzt schon Musik gespielt und ja verabschieden wir uns Tschüssi Tschüss Ja der Joachim steht neben mir Joachim gehört mittlerweile zum festen Inventar vom Rohkost-Botlack ich gebe halt so einen harten Kern der eigentlich immer kommt und von dem harten Kern ist Joachim der der weiteste Anreize hat er kommt immer aus Frankfurt und ja also wenn ihr mal aus der Nähe von Frankfurt kommt dann könnte man beim Joachim anfragen ob da ein Platz ist er ist eigentlich bei jedem hast du eigentlich bei jedem Potlack dabei ich glaube schon oder? bei jedem ja das Jahr ja also es ist wirklich ja Urgestein quasi und ja wen kann man dann besser fragen über wie sich so das Rohkost-Potlack entwickelt hat wie gerade jetzt so eine einmalige Sache jetzt das ist das erste Mal dass es kalt ist dass es geregnet hat dass es so spät im Winter ist ja wie in Joachim und deswegen frage ich es wie hat sich das so das Potlack für dich so verändert oder wie nimmst du das jetzt so wahr den Verlauf also du meinst speziell hier den Leipziger den Leipziger Rohkost-Potlack es gibt dann nur diesen einen großen richtig geilen Potlack in Leipzig ja gut also er ist relativ groß geworden wir hatten die letzten Male so inner 70 Leute also mindestens war zum Teil mehr und wir hatten allerdings auch ein super Wetter gehabt also generell hatten wir mit dem Wetter sehr viel Glück gehabt das war jedes Mal eigentlich praktisch der wärmste Tag des Monats wenn ne Potlack war so ungefähr ja ungefähr das stimmt ja also unglaublich heute haben wir das andere extrem und von daher ist eigentlich kein Wunder dass ja dass sich immer mehr eingefunden haben es gab immer wieder neue Gruppen die speziell angereist sind und das eine Mal war es die das andere Mal war es die andere so dass also insgesamt an verschiedenen Leuten waren die es ja bestimmt 300 würde ich sagen so eine Durchstremung wie du sagst manche die gerade die von weit weg kommen ich denke da sofort an die Essener Gruppe damals um Patrick Schwobach rum die halt ja sich dann einfach zur Fahrgemeinschaft gefunden haben dann einmal im Jahr quasi wahrscheinlich zum Rohkurspotlack fahren oder dann halt auch mehrmals je nachdem wie weit es ist und wie viel es macht auch Spaß immer zusammen wobei du bist diesmal alleine hergekommen wieder oder? ne ich hab mit der Anna richtig ah du wärst ja auch ohne du wärst aber auch ohne Hanna wahrscheinlich alle hergekommen oder? ja ja auf jeden Fall auf jeden Fall aber ich hab es immer geschafft das Auto fast voll zu haben oder sogar voll also das war jetzt das erste Mal seit langem dass nur eine Person mitgebracht und dafür hast du mir ein paar Bambusstäbe mitgebracht richtig genau weil der Platz war im Auto ja ja na klar ja und ähm was ich sehe auch noch was ich gerne noch hinzufüge ist dass bei mir in der Gegend also im Frankfurter Raum da werden die Potlucks auch größer ja schon die Leute vernetzen sich immer besser also Potlucks sind generell sehr beliebt und ähm ja ich finde es erfreulich dass halt die Leute sich immer mehr vernetzen man lernt immer mehr Leute kennen und über die kommen dann wieder neue dazu also das ist echt genial ja das gibt jetzt so eine Kettenreaktion durch Deutschland so kommt mir das vor genau also wo sich alles so so ineinander die Hände gibt sozusagen und ja das wird nächstes Jahr noch mehr werden und das ist ja letztlich auch das Grundlegende man trifft sich gemeinsam soziale Interaktion und isst gemeinsam das ist eigentlich das was wir Menschen seit jeher gemacht haben wir treffen uns meistens über ein Feuer heute haben wir sogar ein Feuer ähm wir treffen uns gemeinsam um ein Feuer reden miteinander sozial interagieren essen einfaches Essen natürliches Essen und das ist das was in uns wahrscheinlich genetisch immer noch so ein Reiz ausübt das eben das jetzt nachdem man diese ganze sagen wir mal nach dem Krieg quasi diese ganze Mangelzeit und so weiter jetzt werden wir so langsam wahrscheinlich wieder geistige Evolution Stichwort ne vielleicht wachen wir auf jetzt in Deutschland wir haben ja einen wahnsinnigen Luxus und wir können uns das leisten und ich denke das ist einfach so eine so eine Stufe der geistigen Evolution die die großen reichen Länder jetzt durchmachen wieder zurück zum Natur wir haben alles erlebt so quasi und Frieden ist jetzt auch ein Großteil bei uns zumindest bis auf die Terroranschläge und so weiter aber ansonsten wir haben keine massiven Probleme mehr mit der Zeit uns zu finden vielleicht so könnte sein also es ist nicht nur das Essen sondern es ist tatsächlich auch sehr viel Austausch und ja weil man merkt schon dass auch über das Essen hinaus es noch andere Themen gibt wo es Übereinstimmung gibt wo es Interessengruppen gibt wo man sich halt austauschen kann das ist eigentlich würde ich sagen die Hauptsache also ich meine man isst ja nicht nur das geht ja Stunden sechs, sieben, acht Stunden zum Teil und da kann natürlich nicht nur Essen die Rolle spielen ist ja klar ja also und du kannst wahrscheinlich jeden empfehlen hierher zu kommen sich auszutauschen oder? selbstverständlich also wenn ich kann das ist ja auch der Punkt gewesen dass ich halt Leute mitnehme die normalerweise halt eben mehr Schwierigkeiten gehabt hätten her zu kommen und dass man halt ja versucht hat möglichst viele zu transportieren halt wenn es irgendwie geht und das Hilfestellung zu geben ja dass die sich halt zusammenfinden weil es ist noch keiner nach Hause gefahren und mit dem Gedanken ja das war eigentlich umsonst oder so und die waren alle begeistert und insofern freut es mich immer wenn ich es anderen ermöglichen kann dadurch zum Beispiel dass sie mitnehmen oder dass ich sie vermittle irgendwie wir gucken ja auch immer dass wir Übernachtungsmöglichkeiten haben hat auch immer geklappt bis jetzt spielt halt auch eine Rolle weil dann kann man halt ja kann man halt verlängern dann abends trifft man sich dann noch und ja wenn man dann nicht schon wieder irgendwann um neun ins Bett geht und nicht mit Party macht wie auch immer dann trifft man sich halt am nächsten Tag weil man ausgeschlafen ist also es kommt immer auf selber raus ja naja ja gut das soll als kleiner Eindruck mal von hier und Joachim gewesen sein wir werden jetzt weiter feiern und uns ums Feuer stellen und vielleicht seid ihr beim nächsten Mal dabei wie gesagt wenn er aus der Frankfurter Enge kommt fragt Joachim der hat vielleicht Platz oder kennt jemand der Platz hat und einfach vernetzen ne gut verabschieden wir uns na dann tschüssi machts gut tschüss Kathi ist jetzt auch schon weiß nicht das fünfte oder sechste Mal habe ich schon dabei oder ich bin schon von seit letztem Jahr ja aber wie oft warst du da du warst ja oft immer du warst ja beschäftigt weil Kathi hat ja hier eigenen du hast jetzt so einen Laden so einen kleinen Dings gekauft weil du deine du bist ja erstmal vom Beruf bist du wie heißt das korrekt ausgedrückt Heilpraktiker Heilpraktikerin bin ich genau und du machst jetzt in deinem Laden so Kurse und so weiter genau also wir haben einen Gemeinschaftsort in Leipzig das Honolulu das gibt es jetzt seit gut anderthalb Jahren und das ist halt so ein Begegnungsort wo ich aber auch meine Praxis habe und meine ganzen Kurse gebe weil ich auch viele Gruppen mache und du warst eine der Mitorganisatorin von Ancient Trends da hat er mitgearbeitet ja das auch und das war sowieso das geilste Festival übrig und du hast eine Erfahrung gemacht die du nie vergessen wirst oder am Ende das Ancient Trends genau ganz viele von uns Orgas wie nennt man das Stage Diving genau wir sind von der Bühne runter gesprungen und hatten in die Menschenmenge in die Menschenmenge und durften erfahren wie das ist wenn man auf Händen getragen wird und das war auf jeden Fall sehr beeindruckend das kann ich mir vorstellen man hat auch deine Freude im Gesicht gesehen so ein bisschen Respekt aber auch dann ah du wolltest das machen das haben wir gesehen ja und beim Rohkost-Bottluck jetzt das ist das erste Mal wo man so sag mal komplett wirklich also das hat ja eigentlich nicht mit dem Rohkost-Bottluck bisher zu tun ja wie findest du die Atmosphäre hier so unterm Dings mit Feuer Pennerfeuer und Grafili-Sanwenden also ist doch irgendwie wie ist das also ich hab mir die Brücke irgendwie schlimmer vorgestellt aber es ist ja wirklich geschützt sozusagen von links und rechts sind Baumreihen also man hat auch schon ein bisschen das Gefühl in der Natur zu sein und ab und ab regelmäßig ist halt dieses Rauschen so wo man so naja genau aber ansonsten ich bin erstaunt wie viele Menschen trotzdem trotzdem Wetter aufgesprochen es hat ja wirklich geregnet durchweg geregnet es war nass es war kalt es waren 5 bis 8 Grad angesagt also das war wirklich also da kommen wirklich nur die ganz harten da kommen die ganz harten und wir gehören dazu und du machst gerade mit weichem Kern mit weichem Kern das stimmt ja muss ich sagen du machst jetzt auch einen YouTube-Kanal ja das finde ich richtig klasse für mich ist das ideal jeder Mensch sollte seinen eigenen YouTube-Kanal haben so als kleine Visitenkarte und wenn es geht ja nicht darum viele Viewer und viele einfach sich vorzustellen und einfach mal zu verlinken und sagen hier pass auf das und das und das bei dir macht es ja nur noch mehr Sinn auch als Heilpraktiker kannst du das ja kommt das mit dem was ist das für ein YouTube-Kanal nur über dich über deine Heilpraktiker-Sache oder? also ich glaube dass ich ziemlich viele Erfahrungen mache mit den Menschen die zu mir in die Praxis kommen und ich möchte da einfach noch mehr Menschen erreichen mit diesem Medium mit dem ja mit YouTube und mit dem Wissen auch einfach was ich da angesammelt habe über die ganzen Erfahrungen über die Jahre und es geht halt für mich auch viel einfach die Menschen dabei zu unterstützen bewusst zu werden und ein gesundes zufriedenes Leben zu führen also ich glaube da haben wir ziemlich ähnliche Ansätze und einfach Menschen zu inspirieren über Dinge nachzudenken die man vielleicht bisher für normal hielt aber zu merken so nee muss gar nicht so sein und ja da einfach mehr das Leben zu führen was man was sich auch für sinnvoll anfühlt was wo man zufrieden irgendwie ist wo man das Gefühl hat ich lebe mich ich lebe nicht was von der Gesellschaft von mir erwartet wird sondern ich mache das was mir wichtig ist und wo ich merke da bin ich erfüllt dabei und vor allem bei YouTube hast du diesen wahnsinnigen Multiplikatoreffekt ne? du machst ein Video und jeder auf der Welt kann dieses Video anschauen quasi das deutsch mächtig ist aber das ist halt für mich total reizvoll gewesen weil es ja tatsächlich so ist du bist jetzt hier im Video ihr seht den Link unten klickt mal bei KD rein weißt du? und dann haben wir wieder dort und dann klickt der bei denen dann mit dem Rohkost-Potluck und dann neue da die sagen hey komm mal zum Rohkost-Potluck diese Vernetzung und das ist auch meine Vision die Menschen werden sich immer mehr vernetzen und umso mehr dich vernetzt umso mehr auf einer emotionalen Basis die Leute kennst und so weiter umso friedlicher wird die Welt letztlich wen du kennst den willst du meistens da nichts antun oder sowas und das ist halt diese Vernetzung im Internet einfach mega mega geil ne? auf jeden Fall ja und wir werden jetzt wahrscheinlich wieder zurück zum Rohkost-Potluck stoßen und weiter essen wer noch da ist ich glaube es ist nur noch die Obst- und Gemüseplatte da die ganzen Salate sind weg und ja wie gesagt wenn ihr Lust habt kommt zum nächsten Mal auch hier einfach vorbei immer wieder viele neue nette Menschen und ja das sollte es gewesen sein verabschieden wir uns ja tschüssi was habe ich gerade gesagt zu Ihnen was habe ich gesagt der Marlon wird auf YouTube wählen und es ist so krass es ist so krass also ich weiß nicht ob man das dann sieht an der Videodatei oder sowas dass es kein scheiß ist ich wusste nicht dass Marlon heute kommt also wirklich das war es ist Wahnsinn es ist Wahnsinn wir fragen noch Ihnen ich frage jetzt gleich Ihnen wenn sie kommt dass ihr seid ich dass ich euch keine Scheiße erzähle auf jeden Fall ja ich habe gerade zur Marlon gesagt das Rohkost-Potluck was tatsächlich so wahnsinnig roh war ist was halt wo keine Sonne ist wo der Regen platz wo es kalt ist wo wir uns hier unter einer Prübe treffen wo wir ein Feuer an gemacht haben unter dem macht das nicht unter dem macht das nicht so einfach nur Sonne das kann jeder aber du guck mal das ist das Schicksal das ist das Schicksal es ist einfach nur das Schicksal wir müssen als erstes auf jeden Fall Ine fragen wo ist Ine? 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 guck mal her es ist klappt es sonst keiner Hallo was haben wir vor uns gesagt was haben wir Ine komm mal das ist klappt wir haben es gerade vor uns besprochen wir haben gesagt der Marlon Rovio ist der einzige der hier noch fehlt genau und jetzt kommt der Marlon Rovio es ist so geil das ist mal kurz als kleinen Einspieler ich will Marlon ihn ziemlich abhalten von Begrüßungen und so weiter aber es ist einfach geil das Leben ist einfach geil es ist einfach nur ja auch geil genau alles klar hört an gut tschüss soo wir sind hier beim Roca Spotlager meine Stimme ist schon fast am Ende aber ja und jetzt das erste Mal hier das ist die Melanie das ist von dem Kanal Apfelwolke ja genau ich war glaube ich einer der ersten Abonnenten ihres Kanals oder? der allererste Abonnent der allererste Abonnent und es ist ein kleiner süßer Kanal und ich habe mich so gefreut wo ich sie vor uns gesehen habe ich habe überhaupt nicht gewusst dass du ich guck manchmal nicht hast du dich eingeschrieben bei Facebook? ja bei Facebook habe ich mich angemeldet ja und ich habe es nicht geguckt ich gucke ja nicht immer genau wer kommt und wo ich sie vor uns gesehen habe oh schön das habe ich total gefreut weil du warst hier gerade auf der Durchreise ne? ja genau ich war jetzt bei Yoga Vidya Zentrum eine Woche unterwegs und dann dachte ich bevor ich jetzt nach Hause fahre gehe ich nach Leipzig geil und schaue lieber mal ja mal einmal beim Podlager übergeben seid ja genau wie gesagt ihren Youtube Kanal auch unten verlinkt ich verlinke jeden Interview immer Youtube Kanal brauche ich nicht immer sagen unten hier wunderbare Podlager viele interessante Menschen hier alle voll interessante Themen und du hast dich gerade bei der Kommune dafür ja genau ist das ein Thema für dich weil hier haben sich heute Leute getroffen die eine Kommune gründen wollen und war das interessant so oder? ja es war interessant zuzuhören aber ich werde auf jeden Fall erstmal noch Reisen gehen und so weiter aber für später war irgendwann wir können ja erstmal die Grundarbeit machen wenn du alles erledest ja genau und vom Essen hier also ich meine du erlebst das selber vegan? Rohkost? oder wie würdest du dich beschreiben oder alles essen? ähm vegan auf jeden Fall Rohkost überwiegend aber nicht nur also ich mache immer wieder so Ausnahmen wo ich mal irgendwie gekochte Kartoffeln irgendwo esse oder so aber ja so überwiegend Rohkost versuche ich nicht zu ernähren ja und dann war ja eigentlich das Essen keine Überraschung dass es schmeckt die Rohkost oder? ja auf jeden Fall hat es gut geschmeckt ja und ansonsten hast du schon gesagt nicht aber du bist nur heute da du übernachtest ja nicht sondern du wirst heute gleich weiter halt morgen arbeiten musst genau zum Sonntag ja warum muss man zum Sonntag arbeiten? weil ich jetzt momentan noch im Wohnheim arbeite für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und da muss ich halt jetzt zwei Kollegen anspringen sonst hätte ich noch das Sonntag frei gehabt und ich muss dann wieder gleich Sonntagnachmittag arbeiten und das ist auch schon eine ganz schöne Strecke die du jetzt dann heute Abend zurücklegst ne? ja so Richtung Offenburg komme ich her und da muss ich halt mit Nachtzug zurück oder mit Nachtbus zurück ja ja du hast ja wirklich alles mitgenommen erst hier dieses Yoga Retreat dann noch Rohkost-Fotlack dann hast du ja erstmal viel zu verarbeiten die nächsten Tage so geil ja genau auf jeden Fall ja gut und ähm ja wie findest du das muss ich einfach mal fragen weil heute ist wirklich eine ganz spezielle Situation ja normalerweise sind wir in der Sonne draußen und hier ist hier wirklich Regen es ist ähm wir sind hier immer noch unter der Autobahnbrücke und es ist einfach wie ist das für dich das Gefühl ist es irgendwie komisch oder wie fühltest du das? ja ist trotzdem noch gemütlich weil das so Feuerschale ist wo es sich ein bisschen wärmen kann ja und äh nette Leute hier sind von dem her passt das alles passt ist noch immer noch Rohkost-Fotlack ja passt auf jeden Fall lohnt sich ja gut also lohnt sich das ist das Schlusswort für heute lohnt sich ne ja also ich kann nur annehmen es wird auch im Winter weiter gehen wenn ihr irgendwie öfter durchreisen seid wie Melanie jetzt hier oder irgendwie ja mit paar Leuten zusammen ja einfach mal nach Leipzig angucken wollt schaut mal Rohkost-Fotlack vorbei es wird den ganzen Winter laufen und mal sehen ob wir das wieder draußen machen ob wir das drinnen machen aber einfach einmal im Monat einfach die Leute kennenlernen und die Leute mit Leuten einfach die auf der sag mal auf einer gewissen Weise auf derselben Welle schwimmen einfach Zeit verbringen das ist so wichtig man nährt sich davon auch einige Wochen würde ich schon fast sagen ja es macht einfach wunderschön Spaß gerade es gibt es halt nicht in deiner Ecke wie sieht das aus mit Rohkost gibt es da so viele vegane Rohköster mit denen du persönlich connected bist also Veganer und Vegetarier gibt es einige und es gibt auch bei uns vegane Stammtische die ziemlich unregelmäßig aber stattfinden ja aber Rohkost eigentlich direkt gar keine da bin ich so einer der Neulinge die da dann drüber erzählen davon berichtet und selber mal überlegt so ein eigenes Rohkost-Fotlack bei dir veranstalten? ja würde ich gerne tun wenn dann das Interesse da ist also wir sind jetzt noch dran mal das vegane Stammtisch wieder mehr ins Laufen zu bringen und da werden wahrscheinlich Potlacks irgendwann auch demnächst wieder im Sommer bei uns stattfinden ja naja also wenn ihr aus der Gegend kommt dann ja schaut einfach bei Melanie vorbei entweder auf dem Youtube-Kanal oder auf Facebook und da einfach vorbeischauen und anfragen und ja lasst uns alle wirklich egal wo ihr wohnt zusammen diese vegane Rohkost und ich kann euch sagen ich sag's euch jedes Mal es ist einfach geil es fühlt sich gut an und wie gesagt die Menschen das ist einfach Wahnsinn ihr connectet euch Liebe überall und wir stürzen nicht es wird uns getümmelt oder? ja okay alles klar tschüssi hallo wir sind hier beim Rohkost-Potlack und ich hab keine Stimme mehr also zumindest jetzt fast keine Stimme mehr du hast ja so viel geredet ich hab so viel geredet und ich bin ein bisschen kränklich aber ich hab's mir natürlich nicht nehmen lassen hier zum Rohkost-Potlack zu erscheinen weil es ja auch das erste Rohkost-Potlack ist was uns was wirklich eine Herausforderung sag mal zumindest im Vorfeld haben wir das gedacht gewesen ist du hast ja auch gesagt naja ich weiß nicht ob du so lange bleiben kannst und jetzt bist du doch schon ein paar Stunden hier ja ich halte den Silas halt ein bisschen auf Trab ja und es ist na gut kalt war es nicht aber es war 5 bis 8 Grad angesagt es war Regen angesagt und es war einfach ja man kann sagen eigentlich alles was gegen Rohkost-Potlack gesprochen hat war existent aber wir haben gesagt wir machen es trotzdem und gerade weil viele Menschen auch von weit anreisen und uns auch schon gebucht haben Pension oder sich bei mir angebucht haben und oder bei dir wir sind ja so die beiden großen Auffanglager unsere Wohnungen quasi ich hab grad auch im Überblick verloren wie viele aber irgendwie das teilt sich dann sowieso aus in einmal die die abends noch feiern gehen sondern die die bei mir übernachten und dir die dann abends eher als das Gediegen zu Ende das ist dann eher deine Gruppe genau und du es dann noch eine Leserunde am Abend machen ja 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 und deswegen also heute gibt es wirklich viel eigentlich zu resümieren ich lass dir einfach mal einen Vortritt ja das Rohkost-Potlack erzähl einfach was deine Eindrücke sind ja also das ist überraschend viele Leute doch da waren ich hab ja gesagt ach 15 Leute das wäre nicht so viel du sagst 30 also 30 sind es bestimmt es sind 35 ach 35 und jetzt sind es eigentlich 37 mit Marlon und Freundin ach ja genau also es sind doch recht viele Leute an diesem verregneten Tag heute früh halb neun ich schau raus Regen, 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 Regen ziemlich viel Regen Dauerregen hab ich gedacht oh das könnte ein bisschen ungemütlich werden wir haben ja noch das lauschige Plätzchen hier gefunden unter der ich glaub B2 ja irgendeine große Straße mit vielen Autos ja irgendeine große Straße mit vielen Autos aber es ist doch ganz kuschlig dann geworden habt ihr ja wahrscheinlich auch auf dem Video gesehen also ja wir machen einfach das Beste draus ja und das Gute war ja dass heute nicht so viel Essen da war von dem man überall probieren muss also ich fühle mich relativ gut hm wie meinst denn das jetzt? ja sonst hatten wir ja dann immer 50, 60, 70 Essen da stehen ja ja das erinnert mich wieder am Anfang so dass du noch eine Übersicht hast ja das heute kommt doch mehr mit den Menschen ins Gespräch das ist mir auch aufgefallen ja und ähm ja wir hatten ja auch einen hervorragenden Überraschungsgast ja das ist ja schon erwähnt das ist Wahnsinn ne besonders ich hatte in einem Interview und ihr habt es ja schon gesehen jetzt das Resümee ist das letzte ich habe ja mit der Ine jetzt gesagt ihr habt es ja schon mitbekommen der Marlon das und also gut aber für deinen Kanal da wissen es noch nicht also äh ich habe bei mir auf dem Kanal habe ich ja mache ich ja auch dieses Rohkost-Potlack-Video genau wie Silke das macht und da habe ich in einem Interview mit der Ine von High King Dreads hab ich gesagt also der einzige der hier noch dieses Jahr gefehlt hat von allen Rohköstlern und von allen ja die so in diesem Bereich in der Brust der Ernährung unterwegs sind äh der einzige ist eigentlich Marlon von Raw Future ja und der fehlt noch und dann und da kommt der nun nicht irgendwo um die Ecke oder sowas da kommt der komplett woanders her vorhin also ich steigte aus dem Auto und der Pottlack ist eigentlich schon voll im Gange da steht da Marlon von Raw Future es ist so geil es ist wirklich so geil also das Leben manchmal wie das also es ist unbeschreiblich unbeschreiblich wie das dann eben so kommt genau und ich dachte noch da feiert weil du so auf einmal so euphorisch und in deine Kamera reingefeiert hast dachte ich mir noch so oh der Typ neben Christian sieht aus wie Marlon guck mal das ist Marlon also mir ist es da genauso wie dir gewesen so ja ja das ist krass hätten wir nicht erwartet ja mal sehen ob ich noch von Interview kriege aber sind schon weit fortgeschritten und äh ja mal sehen du bist ja auch schon sehr heiser ja ich bin schon sehr heiser hab heute wirklich viel 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 gerät und ich bin eigentlich auch kränklich wie gesagt ich war krank und das muss auch immer das zu sagen da seht ihr welchen Stellenwert das Rohkostpottlack für mich hat ich bin krank ich hab schnüpfen ich bin heißer ich kann kaum reden und es regnet es ist arsch kalt draußen zumindest war es angesagt jetzt geht es eigentlich so und ja es hat nicht zu viel gesprochen dass ich zum Rohkostpottlack gehe ich gehe aber zum Rohkostpottlack einfach weil ich die ganzen lieben Menschen wieder sehen will und gerade jetzt die die jetzt in der Weltgeschichte hier rumreisen und gar nicht mehr hier zugegen sind ne die Silke aber auch so die ganzen anderen Menschen es ist einfach so für mich das absolute Highlight des Monats genau ja und ja sieht es wahrscheinlich aus als ob du nicht mal allzu lange zu gehen bist ja ich denke irgendwann machen wir auch einen Abflug ja na ja ne aber es wird auch auf alle Fälle neuen Rohkostpottlack geben wir haben jetzt das 14. Rohkostpottlack gehabt und das ist das 15. Rohkostpottlack und da haben wir möglicherweise auch einen Raum je nachdem wie die Witterungsverhältnisse sind wenn es natürlich ganz schön na gut wir werden es wahrscheinlich vorher schon entscheiden müssen ja aber steht schon relativ fest dass wir in Rohkostpottlack dass es weiter geht durch den Winter und wo und wann erfährt ihr dann auf Silke's Kanal auf meinem Kanal auf Facebook oder auf Facebook wo werden wir ja wieder eine Veranstaltung erstellen da wird ihr dann auf der Veranstaltungsort dann einfach dabei stehen genau so machen wir das genau und jetzt genießen wir noch das nasskalte Wetter mit lieben Menschen und ja verabschieden wir uns oder? genau alles klar tschüss alles klar alles Liebe euch das ist jetzt die After-Rohkost-Party und wir haben uns jetzt hier zusammengefunden bevor wir dann in die MB gehen tanzen bis auf ein paar wenige Leute die keinen Bock haben zu tanzen weil sie ja nicht mehr so fit sind und ja und wir gehen jetzt sozusagen Party machen das sind die letzten Rohkostler ich hab leider meine Stimme verloren so schön aber es geht wo oder wo 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 Untertitelung des ZDF, 2020